Hat Sony endlich einen validen Konkurrenten für den Xbox Game Pass? Erfahrt es jetzt in den Giga Insights. Sony hat diese Woche eine Überarbeitung von PlayStation Plus angekündigt. Ab Juni wird Sony weltweit PlayStation Plus umstellen. Der Dienst wird dann in drei Preisklassen unterteilt. Die günstigste PlayStation Plus Essential kostet 8,99 Euro monatlich und unterscheidet sich nicht vom aktuellen PlayStation Plus. Spannender werden die neuen, größeren Varianten des Dienstes. Für 5 Euro im Monat mehr bietet PlayStation Plus extra zusätzlich ein Katalog von bis zu 400 PS4- und PS5-Titeln an, die man sich auf die eigene PlayStation installieren und spielen kann. Darunter sollen auch große Titel sein wie God of War, Death Stranding oder Spider-Man Miles Morales. Für weitere 3 Euro mehr im Monat, also 16,99 Euro, könnt ihr euch PlayStation Plus Premium holen. Dort gibt es zusätzlich 340 Titel von PS1, PS2 und per Cloud-Streaming von der PS3. Und PSP, wer auch immer das macht. Könnte PlayStation Plus also Sonys Antwort auf den Xbox Game Pass werden? Zumindest stehen die Zeichen gut. Es gibt eine größere Auswahl. Es muss sich nun nur noch zeigen, wie viele Perlen wirklich unter den 400 Titeln schlummern. Eine offizielle Liste der Titel gibt es nämlich noch nicht. Ich denke, wir können mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass es einfach PlayStation Now Pendant ist, was da reinwandert und dann halt plus noch on top ein paar Sachen. Ein großes Manko wurde im Interview mit PlayStation CEO Jim Ryan bekannt. Wie er im Gespräch mit Games Industry sagte, wird es keine Titel der PlayStation Studios direkt nach Launch in dem Dienst geben. Wer also sofort mit First-Party-Titeln wie Gran Turismo beim Launch loslegen möchte, muss weiterhin in die Tasche greifen. Abgesehen davon, dass man es für den Titel sowieso muss. Wir sind uns auch nicht sicher, ob jeder unbedingt dazu bereit ist, für das Premium-Modell mit den klassischen Spielen zusätzlich 3 Euro im Monat hinzublättern. Wie seht ihr das? Werdet ihr von Essential auf Extra- oder Premium-Upgraden? Schreibt es uns doch einfach in die Kommentare. Und was macht Microsoft? Sich auf den Lorbeeren ausruhen, die man vom Game Pass hat? Vermutlich nicht. Wie Windows Central berichtet, arbeitet Microsoft offenbar in einem Family-Plan für den Game Pass, mit dem man einen Account mit mehreren Familienmitgliedern teilen kann. Das ergibt gerade für Game Pass Ultimate Sinn, wenn man also nicht nur die Konsole im Wohnzimmer nutzt, wo man sich ja im Zweifel auch einfach so einen Account mit dem Game Pass teilen kann, sondern auch noch anbei einige PCs besitzt, die mit dem Game Pass mit neuen Titeln beliefert werden. Über Preise ist allerdings noch nichts bekannt. Google hatte mit Android 11 eine neue Sicherheitsfunktion hinzugefügt, der Permission Auto-Reset. Apps, die ihr länger nicht mehr geöffnet habt, werden automatisch die Rechte entzogen, die ihr ihnen gegeben habt. Dieses Feature ist Google so wichtig, dass es aber nicht nur Geräten mit Android 11 und neuer vorbehalten bleibt. Wie XDA Developers berichtet, wird diese Funktion über Google Play Protect seit dieser Woche nun auch auf weitere Android-Versionen bis zu Android 6 ausgerollt, das 2015 veröffentlicht wurde. Ich hatte komplett vergessen, dass das schon so alt ist. Meine Güte. Aber nochmal Respekt an Google. Immer noch eine coole Sache. Wenn ihr also noch ein Galaxy S6 nutzt, kann es sein, dass ihr die Tage ein Update bekommt. So, damit wären wir eigentlich durch. Und was macht ihr so am Wochenende? Ich werde ja über Bäche springen, durch Labyrinthe rennen und großen Styropor-Felsbrocken ausweichen, um mich auf den von Amazon angekündigten Relaunch von Takeshi's Castle vorzubereiten. 2023 soll es soweit sein, mehr Details gibt es aber noch nicht. Das war's mit dieser Folge der Giga Insights. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Bis dann, macht's gut und haut rein.